Politische Gefangene retten, schalalalala! Strange, ja, ganz schön strange. Ganz schön strange. Sehr strange. Seltsam, seltsam, seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ich will nur meine Ruhe haben. Sorry, aber daraus wird nichts. Entweder du tust, was ich will, und bringst mir Skalps von einem von Pinguins oder Two Faces Jungs, oder ich trete nichts zusammen. Das sind Skalps. Ich kann nicht kämpfen. Verdammt, ich bin Buchhalter. Ich kann das nicht. Die töten mich. Nein, du kannst das. Ich meine, du hast gar keine Wahl. Aber ich helfe dir. Ich werde dir wehtun. Gerade so sehr, dass du dich an das erinnerst, was du tun sollst. Und versuch nicht schon wieder hier rum zu heulen. Das macht mich nur noch wütender. Der Typ denkt sich auch nur, Batman, bitte hilf mir doch endlich mal! Steh da nicht die ganze Zeit nur herum und warte, bis der Typ zu Ende gesprochen hat und mir eins ins Gesicht schlägt. Ich dachte, du bist hier auch, mir zu helfen. Ja. Nein. Doch. Vielleicht. Keine Ahnung. Ging das überhaupt zu? War das das, was zu ging? Ich meine, das war das, was hinterher zu ging. Ja. Da fehlt eine Stange, ne? Dachtest du etwa, ich hätte das übersehen, Batman? Hab ich nicht. Ich kann jede deiner Aktionen vorhersehen. Und zwar noch weit bevor dein Spatzenhirn sie ausgeheckt hat. Spatzenhirn? Ja, ja, ja. Ja, 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 äh, ja, 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 ja. Ähm, Chicken, du musst auch abhaken, ne? Nicht nur hier, Rittler. Du vergisst alles. Der erste Anruf von Joker abhören, den du verpasst hast. Dann hier, die Arkham-Story mit Jervis. Du vergisst alles. Ähm. The Bowery. Iceberg Lounge. Wir sind westlich. Müsste ich mal sehen. Wir vielleicht noch nördlich was spawnen. Ich sehe schon kommen, dass wir heute im Industriegebiet was spawnen. Hm. Naja. Ja, Chicken ist kleine Zettelwirtschaft. Wie wird das erst in Arkham Origins? Wie wird das erst in Arkham Knight? Oh, ich will nicht dran denken. Ich will nicht dran denken. Habe ich hier noch vollen Vertrauchen gesehen, als ich auf der anderen Seite war? Da habe ich mir wieder Sachen eingebildet. Ich habe mir Sachen eingebildet, oder? Ich schicke den Meister in der Einbildung. Ich bin echt eingebildet. Na, hier den Zaun sollten wir nicht fliegen. Das ist Stromi Stromi Leini Leini. GG Chicken. GG. GG. Zu weit. Wir könnten natürlich auch es stylischer machen. Und... War das stylisch? Ja, war stylisch. Das war stylisch. Batman tut doch alles mit Style. Er hat den Style erfunden. Wenn das so weitergeht, habe ich wirklich noch... Wir einfach ein paar nacheinander sind. Alter. Ja. Auf jeden Fall da... Unten ist noch was. Unter diesem Unter... Führungs... Gedöns. Die Dächer von Arkham City. Die Dächer von Arkham City. Die Kätzchen. Ich habe gesagt Kätzchen! Ich habe gesagt Kätzchen! Chicken, das war schon total reinvoll. Ach, wieso hast du das denn schon früher geholt? Wegen der Gotham Architektur. Die hat mich daran gehindert. Mhm. Ich weiß, klingt seltsam. Ist aber so. Jetzt musst du ja doch noch gezielt nach den Trophäen. Schämst du dich nicht? Äh... Was sind die hinter dem Zaun? Das muss ich gerade mal nachgucken. Uh, Chicken muss Sachen nachgucken. Wirst du das einfach nicht auswendig, Chicken? Ich dachte, du wüsstest alles auswendig. Auch wenn du in der einen Folge gesagt hast, wo du auf dem Gebäude rumgetanzt bist, wo Bane drin war, dass du nicht entstanden hast. Von jedem... Jeder Trophäe kennst du dich. Von jedem... Ding. Was man scannen kann. Ah, hier war noch was. Und da vorne. Schade, dass man hier gleiten muss, um da rüber zu kommen. Schade. Die Kätzchen kann nicht gleiten. Die Kätzchen könnte ja in deine Höhle einbrechen. Und... Ach komm, Betsy. Du hast doch bestimmt in deiner Höhle bei diesen ganzen Ausstellungsstücke Dönskram... Auch, äh, Oracles als das Batgirl-Kostüm. Dann nennen sie einfach den Batgirl-Kostüm und zieht das kurz an. Reden wir einfach nicht darüber. Noch was? 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 Willst du nicht selbst verfolgen? Oh, frierst du? Wie real. Huh. Chicken ist gemein. Chicken ist fies. Chicken ist hinterhältig. Chicken ist... Ja, Gleittritt. Chicken ist Gleittritt. Chicken ist Gleittritt. Ola! Ei. Ei. Eine Sekunde mal! Ist das doch vor oder brauche ich? Ne, das ist noch davor. Okay. Hugo Stranges Experimente. Schon wieder? Erst illegale Experimente und jetzt normale Experimente? Der Typ weiß auch nicht, was er will. Als Herr über Arkham City setzt Strange seine radikalen Experimente und arbeiten in Bezug auf die menschliche Psyche fort. Im Verlauf der Experimente sucht Strange persönlich Insassen aus, die seinen Kriterien entsprechen und lässt sie zu seiner Insassenverhaltensanalyse-Einheit bringen. Verdammt langes Wort. Bis auf Strange weiß niemand, was in diesem Raum mit dem Gefangenen geschieht. Manchmal tauchen sie lobotomiert auf den Straßen auf. Meistens hört man nie wieder etwas von ihnen. Manche glauben, dass Strange die vermissten Verbrecher einer Gehirnwäsche unterzieht und zu Tigerwachen macht. Andere behaupten, dass er sie dem Pinguin übergibt, damit dieser sie für Schießübungen benutzen kann. Schon fies. Ich bin jetzt nicht so toll. Komme ich da so dran, oder? Eines müsste dieses Ding sein. Nein. Dieses Ding, ja. Ihr wisst genau, was ich damit mit Ding meine. Hier oben ist aber keiner. Hier oben ist schon keiner. Da? Das Ding halt. Arkham City, open by Mayor Quincy Sharp. Am 19. November. Eine Eins. Arkham City spielt noch vor 2000? Also, Batman Arkham City? Zu klein. Zu klein. War schon... Was? War schon als, keine Ahnung, geöffnet. Und Bürgermeister Quincy Sharp war sichtlich stolz, als er bei der feierlichen Eröffnung von Arkham City zu den Bürgern Gothams sprach. Als er Hugo Strange, der Horde von Journalisten vorstellte, war er sicher, dass sich die harten Arbeit gelohnt hatte. Er konnte kaum glauben, dass nur 18 Monate seit dem Vorfall auf Arkham Island vergangen waren und bereits so viel erreicht war. 18 Monate? Hat Joker nicht gesagt, dass es sechs Monate her war, seit Batman ihn auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hat? Oder irre ich mich da jetzt? Ah, egal. Und bereits so viel erreicht war, als die Champagnerflasche an der Außenmauer zerbrach, flüsterte Strange ihm ins Ohr, dass Catwoman und To-Face schon bald Insassen des Gefängnisses sein würden. Quincy lächelte. Mit dem Bau von Arkham City würde ihm die Zustimmung der ganzen Stadt sicher sein und mit dem Superschurken in Haft wäre sein nächstes Ziel Batman, der Mann, den er für alles verantwortlich macht. Was kann ich denn dafür, was Joker für einen Mist gemacht hat in Arkham Asylum? Immer auf die Guten, immer... Immer auf die Leute, die nicht korrupt sind, ne? Alter, da krieg ich schon wieder ein Kotzen. Äh, hab ich das gerade richtig gesehen? Ja, Chicken, hast du. Er klippt einfach so an der Wand, eine kleine grüne Fliege, die sich als Ritter zu viel getarnt hat. Und du gehst schon wieder in diese merkwürdige Sprache, wie wer? Keine Ahnung, was das für ein Ansatz sein soll. Ist das im Gebäude? Das sieht aus wie im Gebäude. Ähm, naja, ist egal. Ist ja egal. Egal, 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 egal. Äh, jetzt darfst du mal Wind schicken? Man konnte es schieben. Mal zur Kirche, gucken wir, wie spät es dann ist und wenn es dann... Vielleicht Benet-Chicken, ja. Dann können wir uns in der nächsten Aufnahme sein, ich bin selbst. Dann wird da sowas von, ähm, ein paar Takte zu spüren bekommen, mich hier durch die ganze Stadt zu schleifen. Ja. Na komm, Ben, die Aufnahme. Es sei denn, du möchtest jetzt bis Ende aufnehmen. Ich bezweifle, dass du so viel Platz hast. Naja. Man soll in Maßen genießen und nicht alles auf einmal verschlingen. Wieso assoziiere ich jetzt? Egal, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, ist ja schon wieder mal eine kleine Freuenacht, wenn wir selbst... ...auf seinen bösen Kleid hinter draufhauen, lieber Köln. Und ihm sagen, hey, wir sind nicht gleich, du kleines, böses Etwas. Du denkst, wir seien gleich. Weil ich auf einem Rachefelszug bin. Aber ich töte wenigstens niemand, ne? Ich bin bescheuert, du. Ich stehe... Ich habe die Linie nicht überschritten. Ich bin nicht im Abgrund reingefallen. Ich könnte noch weiter assoziieren, aber nein, das tue ich nicht. Ich werde jetzt auf den Aufnahmeknopf drücken und die Aufnahme wenden. Also bis dahin, ciao.